Was ist lebendige, energievolle Kunst? Heute möchte ich mit dir über die lebendige und über die tote Kunst sprechen. Was ist lebendige, energievolle Kunst und was ist tote, nichtssagende Kunst? Die Energie, das ist, was die Bilder und überhaupt die Kunst, die Malerei, kennzeichnet. Hat ein Bild Energie, hat ein Bild eine lebendige Energie oder hat es nicht? Wir werden geradezu überschwemmt heutzutage von den toten, energielosen Bildern, besonders hier in Deutschland. Also Deutschland hat es ganz stark erwischt, was das angeht. Also tatsächlich, im Moment herrscht ja wirklich die tote Kunst in der Welt. Und das liegt daran, dass die Menschen, die das Sagen haben, die es entscheiden, wer kommt weiter, wer kommt nicht weiter, wer bekommt Erfolg, wer nicht. Das sind ja Galeristen, Kuratoren, Kritiker. Das sind überwiegend tatsächlich Menschen, die innerlich tot sind. Mag sein, dass sie sehr gebildet sind und viel lesen, aber sie erleben ja nichts Aufregendes in ihrem Leben. Deswegen ist ja ihr Leben, kann man so sagen, auch tot. Aus diesem Grund sehen sie Kunst, die ebenso von toten Menschen kommt, die innerlich nichts zu sagen haben. Und deswegen feiern sie genau die Künstler, die tot sind, also innerlich tot. Und das ist heutzutage ein großes Problem überhaupt in der Kreativität, nicht nur in der Kunst. Musik ist ein gutes Beispiel. In Musik herrscht heute wirklich Katastrophe. Du kannst kaum gute, unabhängige Bands, Rockbands finden, die eigenständige, kreative Musik machen, wie es in den 70er oder sogar auch in den 80er der Fall war. Diese Menschen, die darüber entscheiden, das sind kopflästige Menschen. Deswegen herrscht heutzutage auch besonders hierzulande diese kopflästige Kunst. Keiner versteht das. Man braucht seitenweise Erklärungen überhaupt, dahinter zu kommen, was der Künstler gemeint hat. Und das feiern diese innerlich toten Künstler. Und das ist nicht nur heute der Fall. Es war schon oft so in der Kunst. Aus der Vergangenheit zum Beispiel der gute alte Van Gogh. Seine Kunst war derzeit völlig voraus, in der er gelebt hat. Und diese energievolle, diese lebendigen, dynamischen Bilder haben Menschen Angst gemacht. Die waren noch nicht so weit, es zu sehen. Schon gar nicht die Galeristen oder die Kritiker. Die haben ihn belächelt. Ein anderer Künstler, Monet, sein Zeitgenosse hatte großen Erfolg, weil Monet sehr schöne, wirklich wunderbare Bilder gemalt hat. Aber er hat auch nicht diese Energie, was damals Van Gogh hatte. Es ist aber nicht immer so und es muss nicht immer so sein in der Kunst. Ein völlig gegenteiliges Beispiel ist Jean-Michel Basquiat. Das ist der Künstler aus den Spät-70er und Anfang-Mitte-80er. Der ist leider sehr früh gestorben, mit 27, ein New Yorker Künstler. Und seine Bilder haben kaum Handwerk. Da ist alles nur Energie, die reinste Energie. Und es ist angekommen, weil 80er, New York, damals pulsierte dieser Staat. Da war genau diese Energie, was Jean-Michel Basquiat auch geliefert hat. Heute hätte er, bin ich mir sicher, nicht diesen Erfolg, den er damals gehabt hat. Das ist sehr traurig, aber es ist so, manche Künstler haben Glück, in eine Zeit hineingeboren zu werden, die ihnen entsprechen. Oder umgekehrt, die werden in einer Zeit geboren und man entspricht überhaupt nicht der Zeit. Entweder ist man voraus oder ist man zurück, wie auch immer. Deswegen ist es so wichtig, so wichtig, eine Persönlichkeit zu besitzen, ein aufregendes Leben zu haben, weil du wirst das malen, was du auch erlebst. Es wird genau das rauskommen, was du auch innerlich bist, wofür du innerlich auch brennst. Das ist so wie Charisma bei den Menschen. Diesen Charisma hat man oder hat man nicht. Dieses Charisma ist die Energie in den Bildern. Heute sieht man ganz viele, ganz viele handwerklich perfekt gemalte Bilder, aber es eregt niemanden, weil da einfach keine Energie vorhanden ist. Und deswegen sehen wir uns die Bilder und dann sehen wir wieder woanders. Obwohl, perfekt gemalt und alles so wie es sein soll. Was will ich damit sagen? Das Wichtigste für uns alle ist einfach Leben. Leben mit allen Facetten. Auf Risiko auch eingehen und nicht immer auf Sicherheit, Sicherheit. Wenn man zu sehr auf Sicherheit aus ist, als Künstler wirst du nur tote, energielose Bilder malen. Und damit wird man auch keinen Erfolg haben. Und damit wird man auch kein Gemütel. Vielen Dank.